Beim Brian ist es so, dass er ein Boxermischling ist. Er wird jetzt zehn Jahre alt, ist halt schon ein älteres Semester, aber auf jeden Fall fit. Er liebt es zum Beispiel Legility mit mir zu machen, über die Reifen, durch die Reifen zu springen, über Hürden zu springen oder um die Stangen zu laufen. Er läuft auch super gerne mit am Rad, das hat er auch gelernt. Wenn man ein paar Funde mal nach dem Winter loswerden möchte, er läuft auch sehr gerne mit beim Joggen. Es klingt nach einem perfekten Hund, das auf jeden Fall ist er auch, wenn er seine Regeln hat. Er ist halt jetzt schon drei Jahre bei uns hier im Tierheim. Zu seiner Vorgeschichte gibt es halt nichts Genaues. Was man aber weiß, ist, dass seine Vorgeschichte nicht so schön war. Er hatte halt auch öfter Schmerzen wohl. Das merkt man an seinem ausgeprägten Schmerzgedächtnis. Also es ist wirklich so, wenn er sich mal vertritt, muss man schon seine sensiblen Zeichen wahrnehmen und das auch richtig einschätzen können. Er ist halt kein einfacher Hund. Es werden auf jeden Fall Menschen gesucht, die Hundeerfahrung haben. Das heißt jetzt nicht, ich habe schon immer Hunde besessen, sondern ich hatte mal einen schwierigen Hund, der hatte mal einen Beißvorfall oder sonstiges und ich weiß, wie ich damit umgehe. Ich kenne vielleicht schon einen guten Hundetrainer, mit dem ich gut zusammenarbeite. Er will halt auch super gefallen. Also wenn er weiß, das sind meine Menschen, auf die kann ich mich verlassen, dann gibt er auch alles. Das ist unsere Sunny. Die ist knapp 15 Jahre alt und für die wünschen wir uns einfach ein ruhiges Zuhause, eventuell mit Freigang, wenn es möglich wäre, wäre schön für sie. Oder ein gesicherter Garten, irgendwas, wo sie sich ein bisschen bewegen kann und wirklich auch mal auf Abstand gehen kann, wenn sie den braucht. Die Sunny ist so an sich eigentlich eine verschmuste Katze, aber zeigt auch, wenn sie keine Lust mehr hat. Also zieht sich dann zurück. Oder ich sage jetzt mal, benutzt auch ihre Fote, aber ohne Krallen. Also sie meint das absolut nicht böse dann. Sie zeigt wirklich, ich möchte oder ich möchte nicht. Wir haben jetzt hier nicht festgestellt, dass sie groß Interesse an anderen Katzen hat. Das heißt, als Einzelkatze wäre, würden wir sagen, auch möglich. Sunny wäre, würden wir Leute schön finden, ruhig zu Hause, eine harmonische Familie. Mit Kindern müsste man, glaube ich, ausprobieren, weil Kinder ja doch immer eigentlich laut sind. Und ich glaube, das wäre nichts für Sunny. Aber vielleicht ein älteres Ehepaar auch, was sagt, wir geben einer alten Katze so einen letzten Ruhestand. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020